Hallo und einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zum Wetter am Samstag hier bei Wetter.net. Das hier ist ein ganz schöner Brummer. Das ist eine Aufnahme von einem Taifun, von einem aktuellen Taifun, von einem Super-Taifun. Und dieser Taifun trägt den Namen Hai-Chen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und dieser Taifun zieht nun weiter in das südwestliche Japan und später auch nach Südkorea. Und die genaue Entwicklung, die schauen wir uns später noch mal genauer an. Zunächst der Blick auf das ruhige Herbstwetter bei uns in Deutschland. Das ist eher das Kontrastprogramm zu diesem Super-Taifun hier. Ja, und wir beginnen wie immer mit dem Blick auf die Großwetterlagenkarte. Und wir sehen unser Sommerhoch Ismail ist mittlerweile hier am Mittelmeer angekommen. Das macht jetzt erst mal Urlaub. Bei uns dagegen, da strömt hier zum Teil etwas kühlere Luft ins Land. Aber im Süden des Landes kann es heute noch mal einen Hauch von Sommer geben. Temperaturen hier 27 bis knapp 29 Grad. Und ja, auch mal zeitweise freundlich. Im Rest des Landes dagegen schon wieder mehr Wolken. Ab und zu Regenschauer. Und die Wolken kommen auch über die Mainlinie hinweg voraus. Die Temperaturen dort auch im Norden deutlich kühler. So 16, 17 Grad an den Küsten, sonst 18 bis teilweise 22 Grad in der Mitte. Ja, und was hält der Sonntag für uns bereit? Insgesamt geht das herbstliche Wetter weiter. Auch die Wetter-Zweiteilung nach Norden eher Schauerwetter. Sonne-Wolken-Mix ab und zu Regenschauer. 16 bis 19 Grad. Im Südwesten auch ein bisschen freundlicher. Hier mal so 21 bis 22 Grad. Der Blick auf die erste Wochenhälfte. Und wir sehen Montag, Dienstag recht freundlich. Auch am Mittwoch immer wieder Sonnenschein. Nur im Norden, da gibt es ab und zu auch ein paar Regenschau. Hier bleibt es auch am kühlsten im Norden. Meist 15 bis 19 Grad. Und in der Mitte und im Süden meist so 22 bis teilweise 25 Grad. Hier sind also noch mal Sommertage möglich. Und auch die zweite Wochenhälfte, die bringt zum Teil im Süden und der Mitte freundliches Wetter. Nur der Donnerstag, der bringt teilweise ein paar dichtere Wolkenfelder bei 17 bis 23 Grad. Am Freitag vielfach freundlich. Im Norden ein paar Regenschauer. 17 Grad im Norden bis zu 25 Grad im Südwesten. Und der Samstag auch ein Mix aus Sonne und Wolken. Und die Temperaturen erreichen 21 bis 23 Grad im Norden. Und sonst so 24 bis teilweise 27 Grad im Südwesten Deutschlands. Ja, schauen wir uns noch mal jetzt diesen Super-Typhoon an. Denn der hat es wirklich in sich. Er bringt teilweise Spitzenböen von bis zu 300 Kilometer pro Stunde. Das ist wirklich sehr ordentlich. Verglichen mit einem Hurricane wäre das ein Hurricane der Stufe 5, also der höchsten Stufe. Und natürlich peitscht da eine große Sturmflut vor sich her. Meterhohe Wellen und Sturzregen ist auch mit dabei. Teilweise 400 bis 500 Liter Regen pro Quadratmeter. Und mit dieser Heftigkeit bewegt er sich nun weiter auf den Südwesten Japans. Das trifft zunächst auch auf die Vorinsel Okinawa. Wird dort sehr wahrscheinlich auch für schwere Schäden sorgen. Eben durch den heftigen Wind, den starken Regen und eben auch durch die große Sturmflut. Und dann geht es weiter über das südwestliche Japan Richtung Südkorea. Und er wird sich dabei nur kaum abschwächen. Also fast noch mit voller Fahrt dort ankommen. Hier sind also überall auch noch Spitzenböen um 200 bis 250 Kilometer pro Stunde möglich. Also das wird eine sehr unangenehme Sache werden. Da gibt es bereits erste Evakuierungsmaßnahmen. Okinawa wird er morgen am Sonntag treffen. Und Japan und Korea ist wahrscheinlich dann in der Nacht zum Montag und am Montag dran. Wie gesagt, die ersten Menschen wurden schon evakuiert. Da ist natürlich die Frage, will ich mein Haus verlassen und gehe in eine Notunterkunft und habe dort die Gefahr, mich mit Covid-19 zu infizieren. Also das ist wirklich keine einfache Lage, die sich da momentan in diesen Ländern ergibt. Da darf man gespannt sein, wie sich diese Lage noch weiterentwickeln wird. Und hier diesmal eine Ensemble-Prognose und zwar nicht aus Deutschland, sondern direkt aus dem Bereich des Typhoons. Und wir sehen hier die Ensemble-Prognose für die Regensummen bis zum 20. September im Bereich des Typhoons. Und man sieht, da kommt einiges runter. Im Mittel wird hier teilweise mit 350 bis 400 Liter Regen pro Quadratmeter gerechnet. Das meiste fällt halt schon den ersten 24 bis 48 Stunden. Aber auch hier gibt es noch Ungenauigkeiten. Die liegen zwischen knapp über 240 bis hin zu über 500 Liter Regen pro Quadratmeter. Da kommt also einiges runter. Das ist mehr als eine halbe Jahresmenge bei uns in Deutschland. Und die wird sich auch teilweise über den Südwesten Japans, über Okinawa und über Südkorea ergießen. Also Sturzfluten, Schlammlawinen. Da wird wirklich das volle Programm geboten. Ja und hier nochmal der Blick auf die Ensemble-Vorhersage und zwar was den Wind angeht. Die Windspitzen sieht auch sehr interessant aus. Wie gesagt, Spitzenböen hier im Bereich deutlich über 150, über 200 Kilometer pro Stunde. Das kann natürlich die Ensemble-Prognose nicht so exakt auflösen. Und danach kaum ist der Typhoon durchgezogen. Da wird es wieder deutlich ruhiger, was den Wind angeht. Ja und die Ensemble-Prognose für Deutschland möchte ich natürlich nicht vorenthalten. Hier mal die Ensemble-Prognose für den Süden Deutschlands. Wie geht es bei uns in Deutschland weiter? Nun, nach dem Hitze-Peak, will ich es mal nennen, in der Höhe um 15 Grad in 1500 Metern Höhe, wird es dann ein bisschen kühler zum Wochenstart. Dann kommt aber wieder ein neuer Wärme-Peak. Und so geht es im Grunde dann weiter bis zum 20. September. Also insgesamt sieht es nach einem relativ warmen September-Monat aus. Die Temperaturen unten am Erdboden meist 20 bis 25 Grad. Und auch anfangs mit relativ wenig Niederschlag. Also bis zum 12. und 13. September fast überhaupt kein Niederschlag im Süden Deutschlands. Das sieht also nach einer längeren, sehr schönen, spätsommerlichen Wetterphase aus. Ja, das war es auch schon wieder vom Wetter am Samstag hier bei Wetter.net. Mein Name ist Dominik Jung. Ich bin Diplom-Meterologe bei Wetter.net. Und wenn euch unser Wetter-Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und denkt dran, bitte abonniert doch unseren Wetter-Kanal Wetter.net auf YouTube. Tschüss und einen schönen Samstag. Tschüss und einen schönen Tag. Untertitelung des ZDF, 2020